Fick dich, Alter. Gut, mach dir das endlich mal. Ich bin nämlich schon durch. Ich bin so geil. Ich bin so geil. Super geil. Super lecker. Super frisch. Edeka. Ich liebe das so. Jaden, guck mal. Warte mal kurz. Guckst du dir mal kurz an? Weiß ich nicht. What the fuck. Ja. So. Dann kannst du halt da direkt hingehen. Oh Mann! Boah, voila! Kannst du mal aufhören mich zu schlagen? Kannst du mal aufhören so scheiße zu sein? Ich level euch. Das sieht voll lustig aus. Wenn man nicht beteiligt ist, sieht das voll lustig aus. Wie sie zwei Behinderte sich streiten, ne? Ja. Alter, du Fettsack! Uah, Alter. Ey, gib ihm richtig. Nein! Ich wollte ihn nur zu machen. Auf uns nicht. Haha. Oh nein, du bist so behindert. Ey, nicht in der Challenge. Okay, ich in der Challenge. Fotzen-Klon, Junge. Hast du gerade nur Fotzen-Klon gesagt? Haha, ja. Huuu, Redstone, huuuu. Kubi, mach die Challenge. Ich hab meine Tage! Hahaha. Das heißt voll nicht, ähh. Warum legst du- warum legst du nicht? Warum? Ahhh! Ja, weil ich kallt, Alter! ALDE! Wie sieht's so mit der Sicht aus, für den ersten, der immer da ankommt? das ist ein Packer, wasch doch. Also ich raste aus. Ich raste ein. Kubi, gehst du mal aus dem Game-Mode raus? Ich bin nicht im Game-Mode, ich hab einfach einen Stack von denen, scheiß. Ich war nicht im Game-Mode. Alles egal, passt schon. Du bist in dem Game-Mode, ne? Du bist in dem Game-Mode aktivieren. Ich kann sich dir nochmal den Trick zeigen. Aua! Hä, ich hab dich nicht geschlagen. Ja, ich aber. Ich wär wieder runtergegangen, ich schwör's. Wie macht man das ernsthaft? Kubi, sag's mir. Nein! Wie trägt einen goldenen Apfel einen hoch? Na, du nimmst den goldenen Apfel in die Hand. Ne? Und dann? Also mit ein bisschen Skill geht das. Guck, ich hab ihn mir in der Hand. Ja toll, jetzt hast du die Challenge kaputt gemacht. Geht trotzdem. Ernsthaft? Ne, sag mir, wie geht das? Boah, das regt mich so auf, dieser scheiß Sprung. Dann auch noch mit Eis, voila. Ne, Kubi, ernsthaft. Jetzt hör mal auf damit. Aber sag, sag mal, wie geht das? Tja. Das ist das Geheine, das ist goldene Apfel. Wenn du das löst, kriegst du auf jeden Fall einen Preis von mir. Ich geh's gleich googeln. Ich fehl die Leiter, Niko. Oh, warte, ich hab's. Machst du zu? AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ja, rass den dauernd, alter. Weil mir die Challenge aufgefackelt ist, die Holz-Challenge. Es steht nichts mehr vor dem Holz hin. Oh mein Gott. Shender. Shender mit dem Ständer. Ah, soll ich dir sagen, wo lang muss? Nö, nö. Da hin, da hin. Kubi ist jetzt einmal an diesem Punkt und der schafft den einfach instant Ne, hat er nicht geschafft Den Sprung Kubi jetzt ernsthaft Ich bin der König Ich kill dich gleich, tb dich ja und nimm dir die Äpfel weg Ich hab gerade zu spät Schaden bekommen Wie geht das mit den Äpfeln, sag es mir Ich google das Ist das geil, Alter? Ne, klar Weißt du, dass es wahrscheinlich ein Hack oder eine Mod oder so ist? Läuft auf dem Server nicht Wenn du unerlaublich fliegst, dann kickt sich der Server Komm doch auf an, wie lange du das machst Wenn du es in einer Sekunde oder so machst, dann schon Aber wenn du es nur ganz kurz machst, dann Soll ich dir noch einen coolen Trick zeigen? Wuuu Hehehe Ich hab gesagt, der hat irgendwie Hacks oder so an Alter, ernsthaft? Wie machst du das? Kubi Das ist die Macht des Redstones aber gewesen, ne? Hör auf zu hacken Das sind, ich hacke nicht Wie soll ich denn jetzt hacken? Das ist einfach nur so Minecraft Secrets, die so richtig Porno sind Die aber kaum ein Schwein kennt Ja, dann hau mal raus Die ziehen einfach immer Das ist mega Secret, Alter Ich geh das jetzt googlen, ey Sorry wegen der Aufnahme Das es in der Aufnahme ist aber Ich nehm gleich meinen Grasblock, ne? Und dann hab ich so, kann ich hinterrückschlagen einfach Der hat sich das mal 5 Jahre lang durchgelesen Der hat sich das mal 5 Jahre lang durchgelesen Da hast du einfach Vollspeed Vollspeed Mh Mongo, Junge Wow Ich mach das jetzt so Ich leg jetzt Nivea auf meine, ähm Auf meine Maus Dass die da Dauer schießt Oh Mann Ich schaffte einen Sprung nicht Ich öffne Pistazien Ich bin gerade für alles zu unfäh Und wir müssen gerade anfangen zu schreien Hier mit dem goldenen Apfel Ich öffne gerade Pistazien, was macht ihr so? Mich mit dem goldenen Apfel hier hochklettern Lassen Kubi Was? Mach die Challenge normal Hä, mach ich doch Das ist alles legitim Das sind einfach nur Minecraft Tricks Ja, mach die aber ganz normal, ey Kubi Scheißhacker Irgendwie sehe ich das von Kubi Nicht irgendwie als, als geschafft an Sprung ist scheiße Kubis scheiße Genau der hat Sprung schon, der ist kacke Was du nicht sagst Was du nicht sagst Aber deswegen mach ich's was zum nochmal Wie lange ich dich hauen kann, ist ja mega geil Wie viel Leben hattest du am Ende noch? Ich hab ein Ei anderthalb verloren glaube ich noch Alter Alter Krasser Scheiß, wa? Ja Und Gyan Ich geb dir einen golden Apfel, dann kannst du hier hochklettern Danke Wo muss ich denn jetzt danach hin? Hier rüber Dann hier in Gyanono Pascal Gyanono Pascal Also ich würd mal sagen, ich hab's wenigstens legitim geschafft ne? Ich hab's auch legitim geschafft Oh nein Was steht da? Hey look, it's a cactus Na Kaktussprünge Oh Kann ich gar nicht Ich auch nicht Oh, ich bin im Game-Modal Weil ich mit einem Gold Apfel Ich bin im Game-Modal Ich bin im Game-Modal So, jetzt Ich bin im Game-Modal Ein Krieg da ja Resistance Hilft nicht Ich sag' eigentlich sowas wie Cactus Resistance sowieso Hilft nicht Gott Na, sie gehen noch mehr Ne Ne, das mach ich nicht Ich kann Kaktussprünge nicht Hä, WTF Na, in dem Moment springen wo du keinen Schaden kriegst Aber es geht ja gar nicht Nee, da wo du Schaden kriegst fängst du an zu rennen Und dann springst du Ich muss kurz probieren Mich zu spüren Ok Schmack noch ein bisschen kleidern Das ist so geil Ich finde das echt ein bisschen Alsozial. Was war das, Kubi? Hey, Funds ist in der Season auch Ja, oder? oder? Theoretisch schon, wenn ich einen Goldapfel habe. Aber es muss ein Power da sein, sonst geht das nicht. Und die kriegt man eigentlich nicht. Doch, kriegst du. Mit 8 Goldwaren. Blöcken. Ja, Goldblocken. Okay, entschuldigung. Ich wollte eigentlich Blocke sagen. Goldblöcken! Ich hab auch gerade an Blocke gedacht. Deswegen ist es auch einfach easy, Lohn zu farmen, bevor du... Kein Ding. Ah! Kann dich jederzeit umbringen, Can. Ah, jetzt hab ich's raus. Ich hab's raus. Ich hab's raus. Can, guck mal. Can. Du musst immer, du musst so ganz kurz warten, so. Einmal, zack, zack. Grad wenn du Schaden kriegst und dann sofort weiterlaufen. Grad. Also brauchst du einen Rhythmus, ja. Genau. Kubi, guckst du dir mal an. Guck mal. Oh, ne? Ja, okay, hab. Ja, ist geil. Du brauchst eigentlich so eine Millisekunde und dann... Du musst einfach noch warten, bis du einen Schaden kriegst. Dann sofort weiterspringen. Wenn du einmal Schaden bekommen hast, du voll weiterspringen. Genau. Also du musst dann halt stehen bleiben. Ja, du bleibst kurz stehen, dann springst du ganz schnell wieder los. Boah. Damit kann man sogar ein Kacktein hochklettern. Das ist so geil. Jetzt sag mal, wie geht das? Ja, mit einem Gold-Affel. Uhu. Uhu. Kannst drei fressen, das bringt nichts. Ich hab den aber mal so gesessen. Uhu. Oh, ich schweb an der Decke. Gut, ich geh das jetzt googeln. Ich hänge hier einfach rum. Okay, auch geschafft. Ah, verdammt. Aber so um die Ecke schnell, da muss ich schnell trainieren, dann den Rhythmus eben beibehalten. Ja, das war schwer. Ah, das ist nicht schlecht. Oh, der sollte aus dem Game-Up rausgehen. Hat was, oder? Boah, weißt du, ich bin zu hochgeklassert. Das kommt ja schon wieder. Okay, ich lehne mal aus der Hand. Das ist jetzt sonst. Sticker, ey. Sorry. Lass den mal totschlagen. Lass den Totschläger mal totschlagen. Nein, nein, nein. Oh, du kleines Wieses von der Kind. Boah, warum musst du mal nicht hauen jedes Mal? Ernsthaft? Du mal da, ich hab sonst keine Hobbys. Boah. Du bist echt behindert, oder? Kugel. Warte. Goldapfel löst alles. Goldäpfel vor der Win! Das ist echt mies schwer. Alter, das ist sauschwer, ey. Nein! Ich baue Goldäpfel vom Server. Mach das mal wirklich jetzt. Hab ich immer noch Redstone, damit kann man kleiden. Nein! Oh, das ist so kackehitzend! Noll. Scheiße. Nicht easy, nicht easy. Scheiße. Ich war so, loll. Ich hab grad in der Luft nochmal Schaden bekommen, Mola. Ja, das ist, wenn du zu nah am Kaktus dran bist im Flug. Ah, ich hab nen Bogen raus. Ich hab auch grad nen Trick raus. Ich hab auch nen Bogen im Winter. Ja, hab's geschafft. Nein! Das ist so scheiße. Boah, zum Glück. Da braucht man diesen bestimmten Rhythmus, ne? Den hab ich noch nicht. Ja. Mhm. Ich pack mir gleich ne Goldrüstung, ey. Das ist viel geiler als ein Goldapfel, sagst du. Alter. Gubi, gleit mal nochmal so'n bisschen. Durch. Nein! Ich schade.